Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Heim des Schreckens, anzunehmen bei Graf den Atrius in Revendred, an dieser Position. Vor Quest war eine Lektion in Demut. Nehmt die Quest an. Und nun soll man sich mit der Furchthetzerin treffen. Also, auf geht's. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Forgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück aufgenommen habe. Unter anderem zum Erfolg der Meister von Revendred, wo auch diese Quest dazu gehört. Außerdem findet ihr bei den Videos in den Beschreibungen die Zeitangaben, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zur gesuchten Quest oder zum gesuchten Unterwärm vorschwingen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Quest ist abzugeben bei die Furchthetzerin in Revendred, an dieser Position. Bin also von da oben einfach hier hinuntergelaufen, diesen Weg entlang und hier hin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Eizocke Ende